Hallo bei Ingab Your Pen. Heute habe ich mal wieder in die Vintage Kiste gegriffen und gleich ein Hinweis für Stein des Anstoßes. Nein, ich habe mein T-Shirt nicht falsch herum an, das gehört so. Heute geht es wieder um einen Vintage Füllfederhalter, wie ich schon sagte, und zwar um den Waterman Forum Atria. Das ist ein Waterman Füllfederhalter, über den leider nur sehr wenig bekannt oder zu finden ist. Ich will euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Zu Waterman selber, denke ich, brauchen wir nichts mehr zu sagen. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Waterman Forum Atria. Und zum Schluss ziehen wir, wie immer, ein kurzes Resümee. Ich sage euch, ob es sich lohnt, den zu kaufen, wo ihr ihn finden könnt und was ihr dafür ausgeben müsst. Dann geht es jetzt hier los bei Incap Your Pen. So sieht aus der Waterman Forum Atria. Waterman Forum Atria. Es ist eine Serie, die ist in den 80er, 90er Jahren auf dem Markt gewesen von Waterman. Und die sollte so ein bisschen den Look der 90er Jahre verkörpern. So habe ich es dann in einer Werbung gesehen. Das zog sich aber über zehn Jahre hin. Und es gab unter dem Waterman Forum drei, ich will es mal nennen, Sub-Serien. Es gab den Forum, der war, also Schaft und Kappe waren da aus Kunststoff. Dann gab es ein Agora, das war auch aus Kunststoff, Kunststoff marmoriert. Also da beziehe ich mich immer auf Kappe und Schaft. Und dann gab es den Atrium. In anderen Ländern hieß der auch Campus oder Forum Metall. Das ist das, was ich aus dem Internet rausfinden konnte. Mehr Informationen gab es leider dazu nicht. Das finde ich sehr schade, weil der Füllfederhalt, der ja noch gar nicht so alt ist, wenn man bedenkt, dass die Serie in den 80ern begonnen hat und bis in den 90er ging. Das ist zwar auch schon wieder ein paar Jährchen her, aber wie gesagt, wir finden manchmal zu wesentlich älteren Füllfederhaltern deutlich mehr Informationen. Bei diesem Stück hier mit der grünen Kunststoffabsetzungen soll es sich um ein besonders seltenes Stück handeln. Kann ich jetzt selber so nicht verifizieren, aber da verlasse ich mich mal auf die Informationen aus dem Internet. Ihr habt den Füllfederhalter hier für 15 Euro bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ich sage euch nachher, was ich sonst noch so gefunden habe und was ihr dafür auch möglicherweise hinlegen müsst, wenn euch der Füllfederhalter gefällt. Ja, soviel erstmal zu der, ich sag mal grundsätzlichen Modellbeschreibung. Dann schauen wir uns das Modell einfach mal ein bisschen genauer an. Und dazu zoomen wir einfach mal hier ein bisschen rein. Also wir haben hier, was ich euch eben schon beschrieben habe, sehr schön gemacht finde ich hier diese Grüntöne. Ich bin auch ein Fan von Grüntönen, muss ich ehrlich gestehen. In diesen Grüntönen den Kappenkopf abgesetzt mit Kunststoff, oben mit dem Waterman Logo versehen. Das sieht alles sehr hochwertig aus. Und hier am Clip haben wir nochmal das Waterman Branding, so wie wir es eben von allen Watermans eben auch kennen. Schauen wir uns gleich mal die Funktionsweise des Clips an. Hervorragender Clip, muss man sagen. Wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Die Kappe, kann ich euch schon sagen, ist eine Steckkappe aus Chrom. Und ja, die ist auch wirklich sehr gut erhalten, wenn ihr bedenkt. Das dürfte so das letzte Modell gewesen sein. Da sind wir so in den 90er Jahren. Da ist das recht, recht gut erhalten. Dann nehmen wir die Kappe mal ab, legen mal den Füllfederhalter nebenhin. Können wir mal einen Blick reinwerfen in die Kappe. Mal sehen, was wir da erkennen. Da erkennen wir eine Kunststoffinnenkappe. Ist heute auch wieder ein schweres Wort. Kunststoffinnenkappe, wie ihr es da auch seht. Und am Ende das grüne Kunststoffstück, was den Kappenkopf bildet. Ansonsten alles hier sehr gut verarbeitet. Das ist nicht wahnsinnig dick und wahnsinnig schwer. Aber es ist schon massiv gearbeitet und sehr gut vor allen Dingen verarbeitet. Okay, hier muss ich mal ein bisschen zurückgehen. Ein bisschen viel. Ja, also muss ich sagen, wirklich ein schönes Design auch. Muss einem natürlich gefallen. Das sind ja so die typischen 80er, 90er Jahre, wo man da auch so ein Materialmix gehabt hat. Also mir gefällt es sehr gut. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So, dann Clip und Feder. Beide vergoldet. Da sieht man es. Jetzt seht ihr es auch. Wir haben also hier im Prinzip mehrere Farben. Was ich schön finde, ist, dass wir hier das Griffstück in der Farbe des Schaftendes und des Kappenkopfes haben. Also auch hier dieses grüne, diesen grünen Kunststoff, der sehr griffig ist. Und der Füllfederhalter hält sich wirklich sehr, sehr gut. Aber schauen wir uns zunächst mal die Feder an. Waterman France F für eine feine Feder. Vergoldet. Tintenleiter, so wie wir auch oftmals von Waterman kennen. Ohne Lamellen. Also ein sehr schönes, sehr schönes Stück. Ich finde auch schön, dass hier unten nochmal mit diesem hellgrün abgesetzt ist. Das ist ein sehr elegantes Teil. Schrauben wir mal auf. Hier haben wir Kunststoff auf Kunststoff. Das dürfte auch noch eine Weile halten. Und es war leider kein Konverter dabei. Und ich hatte so ein bisschen auch Schwierigkeiten einzufinden. Ich habe hier so einen chinesischen Mini-Konverter eingesetzt, weil ich keine Patrone verwenden wollte. Und der passte. Aber ein Standard International normaler Konverter 0815, sage ich mal, Normalgröße, da hatte ich Schwierigkeiten, den einzusetzen. Möglicherweise passt ein Waterman Original-Konverter. Kann ich jetzt hier nicht sagen, weil ich keinen da habe. Aber das könnt ihr dann mal probieren, falls euch so ein Füllfederhalter über den Weg läuft und ihr den mögt. Also dieser Konverter, wie gesagt, gehört nicht dazu. Aber er passt und ja, das funktioniert damit auch. Ich habe ihn schon mit Tinte befüllt. Hier ist drin, Rohrer und Klingner Smartgrün. Dann schauen wir uns einfach mal den Schaft nochmal an. Auch hier haben wir wunderschön verchromt die ganze Sache. Schaftende wieder mit den grünen Metall, mit den grünen Kunststoffringen. Das sieht sehr cool aus. Hier oben seht ihr auch nochmal. Waterman France. Waterman France. So könnt ihr das auch lesen. Also alles wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Fasst sich alles sehr, sehr gut an. Na klar, hier gibt es, wenn ich hier so drüber fasse, gibt es ein paar Fingerabdrücke. Aber das ist bei Chrome, glaube ich, ganz normal. Okay. Ist hier irgendeine Fluse. Dann haben wir soweit die Beschreibung für den Füllhalter erstmal durch. Finde ist ein tolles Designstück. Und dann kommen wir gleich mal zum Maßen und zum Gewicht. So wie ich den Füllfederhalter hier hinhalte, vor euch, misst er im geschlossenen Zustand 13,9 cm. Er wiegt befüllt mit Tinte und diesem Mini-Konverter 20,5 Gramm. Ist jetzt kein Schwergewicht. Ihr seht schon, das ist jetzt nicht das kräftigste Metall, was man hier genommen hat. Aber es ist ein schönes Stück und ihr seht auch, hat sich über die Jahrzehnte gut gehalten. Also insofern kann man hier am Material nicht meckern. Und es ist ja auch ein Füllfederhalter, der jetzt vielleicht nicht für den großen Geldbeutel gemacht wird, sondern eher so für Studenten, für Schüler angedacht war. Und dann muss der ja auch nicht sehr schwer sein, sondern der muss gut verarbeitet sein, muss lange haltbar sein. Die Feder muss verlässlich sein. Das sind alles Dinge, auf die wir dann zurückgreifen sollten. Ja, ohne Kappe, also im schreibbereiten Zustand. So wie ich ihn jetzt hier vor euch hin halte. Ihr seht also, er passt auch in meine recht große Hand recht gut rein. Misst er 12,5 cm. Und ihr könnt die Kappe auch aufstecken. Das sieht dann so aus. Mir persönlich gefällt es nicht, aber ihr seht, es hält bombenfest. Und dann wird das ein Riese mit 17,2 cm. Muss man so mögen, sage ich mal. Also nicht meine Welt, aber das ist Geschmackssache. Und dann kommen wir auch gleich zum wichtigsten Punkt dieser ganzen Geschichte hier. Und zwar zum Schreibtest. Und dazu muss ich hier nochmal meinen Fokus ein bisschen bemühen. So, das dürfte ganz gut sein. Schauen wir mal. Wir haben heute also hier vor uns den Waterman, Forum, Atria. Könnt ihr das gut sehen? Ja, ist okay. Der hat eine F-Stahlfeder. Vergründet. Tint ist Rohre und Klinge. Das ist Marktgrün. Und Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay. Dann bin ich wie immer ruhig und ihr dürft dem Stift beim Schreiben zuhören. Ja, ich finde, das hat man schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Die feine Feder ist butterweich. Gefällt mir sehr gut. Ihr wisst, ich bin eher ein Freund von Breitenfedern. Ich finde auch das hier mit der Federstärke F verdient schon ein kleines Plus dazu. Vielleicht seht ihr das ja genauso. Und ja, ich bin also begeistert von dieser Feder, muss ich sagen. Wirklich ein angenehmes Schreibgefühl. Überhaupt nicht kratzig. Das Feedback, was man bekommt, ist super angenehm. Er liegt super in der Hand. Es schreibt sich sehr angenehm. Hier die Griffigkeit des Griffstücks ist perfekt. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Auch diese Ringe stören nicht. Ich habe ja meinen Daumen hier so ein bisschen oberhalb der Ringe. Ist alles sehr angenehm. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Und dann wollen wir mal gucken, ob er gleich anschreibt und wie er denn mit Schnellschreiben zurechtkommt. Ja, sofort da. Ja, auch kein Problem. Kommt da jederzeit mit. Versuchen wir mal verkehrt herumzuschreiben. Das ist nicht so doll. Ja, ich sage mal, da sind wir bei extra extra fein. Scheint aber durchzuhalten, so wie es ausschaut. Und dann versuchen wir ein bisschen Variationen hineinzubekommen. Mal schauen, ob das funktioniert. So aus der feinen Feder hier rauskitzeln können. Ja, ein bisschen ist drin. Für eine feine Feder, finde ich, ist das sehr gut. Zum Schluss schauen wir uns noch mal Tintenfluss an. Auch hervorragend. Also aus meiner Sicht ein ganz hervorragendes Schreibtest. Und was ich auch gut finde, hört euch mal das Klacken an. Das klingt edel. Also, soviel zum Schreibtest des Waterman Forum Atria. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Waterman Forum Atria? Mit diesen grünen Varianten. Den gibt es auch noch in Rot. Mit diesen roten Plastikteilen. Und angeblich soll, wie gesagt, der grüne, soll seltener sein. Also, mir gefällt schon mal dieses Design. Muss man natürlich mögen. Ich mag diese grünen Absetzungen. Mich stört auch nicht, dass der Clip golden ist. Und der Korpus und die Kappe silbern sind. Griffstück ist dann wieder grün. Passt aber aus meiner Sicht alles. Auch mit der goldenen Feder. Weil die goldene Feder findet sich im Clip wieder. Das ist natürlich alles Geschmackssache, sage ich ganz ehrlich. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, denen das nicht gefällt. Aber mir gefällt das Design. Deswegen habe ich ihn mir geholt. Kannte ihn vorher gar nicht. Und muss sagen, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich finde, das ist ein ganz klasse Schreibgefühl. Trotz der feinen Feder. Als ich ihn dann hatte, da hatte ich ja auch keine Auswahl. Ich habe ihn ja über Kleinanzeigen gekauft. Da habe ich mir gedacht, na gut, feine Feder. Nicht gerade dein Liebling. Aber ich muss sagen, wirklich sehr, sehr gut die feine Feder. Ja, butterweich, ohne unangenehmes Feedback, ohne Kratzen. Das Feedback, was man bekommt, ist super angenehm. Es schreibt sich toll damit. Also da kann ich mir auch vorstellen, den mal fürs Büro mitzunehmen. Muss ich wirklich sagen. Griffstück ist super griffig. Tintenfluss ist hervorragend. Die Verarbeitung ist toll. Man kann nicht meckern über den Forum Atrium oder Campus oder Forum Metall. Das sind so die verschiedenen Namen, unter denen ihr ihn finden könnt. In verschiedenen Ländern teilweise auch. Ja, was gefällt mir weniger gut? Einziger Kritikpunkt, den ich habe, aber muss man oder ist auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, einen passenden Converter zu finden. Es hat nur dieser Mini-Converter gepasst. Vielleicht ist ein richtiger Waterman dann auch nochmal so, dass man sagt, okay, da gibt es auch keine Probleme. Das kann sein. Aber mit einem einfachen Standard International, da kommt ihr nicht unbedingt hier weiter. Das ist aber so mein einziger Kritikpunkt. Würde ich mir wieder kaufen? Auf jeden Fall. Ich habe dafür 15 Euro bezahlt. Der ist in Top-Zustand. Der ist nahezu unbenutzt gewesen. Mir gefällt alles an diesem Füllfederhalter. Ich finde, das ist ein klasse Stück. 90er Jahre sind sowieso wieder in, wobei das für mich nicht wesentlich ist. Aber ich finde, der sieht klasse aus. Das ist ein, ja, wie ich immer sage, ein Stück Füllfederhalter-Zeitgeschichte. Und ich würde euch zum Kauf raten, auch wenn es nur eine F-Feder gibt oder gibt den auch mit einer M-Feder. Habe ich auch im Internet gefunden. Da müsst ihr ein bisschen schauen. Aber es lohnt sich. Allerdings muss ich sagen, das war ein Schnäppchenpreis, den ich hier bekommen habe. Ihr müsst so um die 50 Euro dafür anlegen. Das müsst ihr euch überlegen, ob euch der das wert ist. Den gibt es auch als Schreibset dann, für etwas mehr dann noch. Wer da drauf steht und so Schreibsets mag, der findet da auch mit dem Waterman Forum etwas. Da gibt es auch noch verschiedene Sondermodelle. Man hat da so ein bisschen auch gespielt, auch mit dem Werkstoff, Kunststoff gerade. Aber das sind natürlich dann auch alles hochpreisige Sachen. Aber jetzt hier für diesen Adria, finde ich, ist 15 Euro kein Geld. Bei 50 Euro muss man schon nochmal nachdenken. Aber wem das Design gefällt, ich zeige es euch nochmal hier, da ist es auf jeden Fall kein hinausgeworfenes Geld, weil ihr bekommt eine gute Qualität dafür. Ja, soviel von mir zum Waterman Forum Adria. Seid ihr im Besitz eines solchen Füllfederhalters? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie performt vielleicht die mittlere Feder? Das alles könnt ihr mir in den Kommentaren mitteilen, würde mich sehr freuen. Und ja, das war es von mir. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.